ja alle und leute und wird kommen so um das war es speziell letztlich so kann man sagen und zwar ist es nur anzwischen das so mehr und wir haben auch einen Zuschauer dabei einer unserer YouTube Abonnenten Fabian Samalo hallo doch wo ganz er kann es ja so ein bisschen kommentieren jetzt ohne und dann kommt der Opti aus dem Busch und haut ihn ein auf die Fresse aber Basti kontert mit einem was weiß ich halt dran oder so ja Spaß so aber kannst du jetzt eigentlich alles sehen hier so siehst du alles ich weiß welche Schrims ihr genommen habt und so weiter aber im Spiel bin ich noch nicht ich komme erst in zwei Minuten im Spiel rein Hörmann und komisch er hat so gemacht Prozent Basti und ich werden erst mal in der Metallane sein das haben wir so abgemacht und um sagen wir bis der erste Beck geht oder stirbt dürfen wir überall spielen also wird überall spielen nur am Anfang in der Mitte so was ich dachte dass auch nun weiter nimmt der E-Lehrer hat er ist sehr und und durch ich bin verstanden ich habe extra Trinnewer und Fiora ausgelassen Ruhu St ich darf kritisch ein ich dachte schon jemand spitz gezielt ich freue mich gar eine hoffnung eine hofft gehören auch leute nur so zu empfohlen nicht dass dann irgendwelche sprüche unter video landen das ist besser oder war der auch erst weil das Problem ist nämlich die unsere selbst recht ziemlich verschieden er ist ziemlich tanky ich weiß nicht ich denke mal ich werde ich denke mal ich werde später im late game eventuellen vorteil haben gegen meine fähigkeiten muss aber auch nichts heißen sage ich immer abhängig von den champions aber soll man das jetzt schon mal sagen was was ich vorhin als vorschlag gemacht hat beziehungsweise du ja kannst du mal sagen gut und zwar haben wir uns gedacht dass wir mal später ja wie soll ich sagen so als kleine überraschung denke ich mal ich denke mal das werden wir bei 50 abonnenten machen oder das war dann ein turnier veranstalten ohne er kann sich weiterreden was ist es nicht zu konzentrieren die es wird ich kommt wo es jetzt so Prozent ich glaube ich bin nicht da ja das war auf jeden Fall irgendwie zu mir veranstalten ich weiß nicht wir müssen uns das noch mal genau überlegen aber ich denke mal definitiv ein Turnier ist das das war ja wir wissen es noch nicht genau ob er da ich würde sagen von den youtube abonnenten wir machen wieder so ein kleines Info Video dann schreibt ihr eure Namen unten rein werden wir euch adden und werden halt auslosen wer dann halt da mitmacht ja aber wir wissen noch nichts genaueres was wir da genau machen ja Prozent Prozent was 1 gegen 1 machen wir uns einigermaßen okay jetzt ich weiß doch was ihr kauft Prozent was wo bist du gerade ich kann hier frei rumschweben es momentan bin ich über die Uhr was kann wenn so eine kamer an Ego-Shooter Perspektive ist man ich bin ja klar klar man aber das cool ja ich können mir jetzt auch halt Prozent aussuchen wenig jetzt speziell beobachten kräftig sind und über welche Zeit steht bei dir da oben ach so Prozent 45 Sekunden ganz genau weil ich habe mir gedacht vielleicht ist ja das Zeitverzöger okay ich sehe was ihr geskillt habt also kannst auch die ganze Map sehen oder wie äh ja halt ich kann nur Kriegel des Lebens einen ausschalten wie naja ist so ein Knopf da wo ich ein Hältchen reinmachen kann oh oh man Krit ach du kannst sogar die Kritze in die wir hauen ja ich bin OP was ist nicht OP Zuschauer sind nie OP doch ich kann alles ihr müsst bloß nicht wahrhaben nicht wirklich ne ich weiß Moment ist eigentlich nur so ein bisschen Minion gefahren naja keiner greift wirklich an die Halunken werden bezahlt haben er gesagt bis der erste stirbt dann dürfen wir in den Jungle überall hin wo wir auch wollen ich bin jetzt ein bisschen ufierig Jo ich aber auch ist eigentlich das zweite Mal wo wir gegeneinander spielen haben wir überhaupt schon mal gegeneinander gespielt ich glaube nicht doch mit dem anderen war es die 2 gegen 2 mit Umut weißt ach man da wo ich meine Team immer gewonnen hatte wo ich Trinder mehr genommen hab ja das war mies Trinder mehr als OP gerade in 3v3 ne NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Q gegen Tower-Hit ist ganz ok das weißt du was jetzt mies gewesen wäre Justin wenn ich hier auch nochmal gestalt hätte wenn jetzt jetzt zum Beispiel machen können aber und er will nicht so eine dicke Lippe hier ist die Lippe ja, komm doch, komm doch mal stehen hier mit dir Let it rap! Was jetzt hast du auf einmal mehr Minions wie ich? Also ich, ich pass nicht auf, warte ich pass nicht auf ich muss Lars sitzen okay, jetzt haben wir eigentlich doch so beide so ein bisschen tanky genommen, man und wie gefällt es dir hier rumzuschweben? äh, naja, noch relativ uninteressant weil ich? ich denke mal im 5G5 ist das besser das könnte sein ach man, Justin, hör doch mal gut auf ey, was mach ich denn? ey, was mach ich denn? das ist nur so ein übel in Schaden, man hä? du hast jetzt grad 200 life verloren zur was hat du denn gemacht? ich hab gar nicht das der Fabian hat mich angegriffen RAH! du cheater echt cheater oh man, ich bin voll vorsichtig, man wegen so einem Scheiß fuck aus, du ein Damage fuck ja, nee, oh, 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 oh scheiße okay, das klappt es gut okay, okay muss ich mir überlegen, muss ich mir kaufen also das heißt jetzt nicht, dass ich besser bin, ne? ich hab zwar ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich weiß nicht, wovon spielen kann ist er ein bisschen besser, weil er das Spiel einfach Tag und Nacht gesucht hat und so ein geistesgestörtes als ein gut Deutsch, jetzt mal so sagen ja, aber du hast das Game viel mehr als ich gesuchtet ja, das stimmt weil, wie lange spielst du jetzt schon? ähm, seit letztes Jahr, März, glaub ich ich spiel seit ungefähr wow, würdest du über ein halbes Jahr und hab schon 500 Wins oder so es gibt natürlich noch krassere Suchties so so wo gehst du hin, Masti I must go to my base and buy, äh, something items okay this is very cool, ähm and then I farm here minions and then I push you fucking toe ah, ich will dich sogar ich will sie was? I see na, wahrscheinlich das ist ein Skript, Justin he, lol, ich kann sogar sehen, wo er hinklickt wo ich hinklicke geht doch gar nicht, wo klige ich hin, wo klige ich hin ja, toll ne, so mein ich das nicht war schon so okay, jetzt dürfen wir ja überall hin wo wir wollen ja, stimmt, der erste der erste Kill ist ja gefallen ja, echt, habt ihr bei euch schon ersten Kill? äh, ja äh, ja hä, lol, wie was habt ihr da oben für ne Zeit stehen? äh, acht Minuten fünf fünf bringe gerechtlichkeit Alter was los was los what the fuck shake my sex doch rum ja, ich glaub das ist dazu da, dass man keinen vorsagen kann alter ist aber ich hab' die was die wo ist dein Problem? die 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 das Problem ist mit ja, aber die ist was ist dein Problem du Regen weil ich nicht sehr oft gegen Ereda gespielt habe warum ich nicht gut kenne ist bei dir immer noch der erste Kill gefallen? ist bei dir noch nicht der erste Kill gefallen? nee oh ja passt schon kannst ja mal Hallo Youtube sagen Hallo Youtube hallo oh jetzt ist der erste Kill gefallen hat sich wieder Wunsch vielen Dank der Herr war ein bisschen spät aber bekämpft die Ehrlosigkeit ja das ist das heimtückische bei Iri es ist richtig geil für heimtückisch doch dieses ist wie die ist eigentlich wie zu wollen Irelia und sind so auf einer Läden m meeeega ich habe ich muss mal was hier stehen ich kann nicht für meinen Leid facken ab das war schon wieder was oder das ist der ist kurz der scheiß er wollte die tue nio klopfer der nie bei dem juli klopfer in lokalen mit dem knopfen zwischen uns am tor reifen was die Prozent 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 erheit und Kloch die Schuss eine Gaukling er spielst du ihre Eichfahrt wieder abgibt bei den Karpi spiel der Kölner und sie vorher ihre E und ihre Welt die Machen der Klinik schüttel kennst doch meine sinnvollen Fragen lauf wohin lauf gut dafür konnte ich auch wirklich nichts sie haben angefangen und ich spiele heute war mit Twitch und Evelyn so geil das war echt geil ich will diesen Kill nicht auf mir sitzen lassen das kriegste wieder Basti das kriegste wieder gut ich will nicht sagen äh warte mal was wollte ich jetzt sagen ja gar nichts eigentlich schaffst du nicht das will ich nicht sagen ich habe jetzt auch keine große Krass ja aber es war ein fair gewonnenes Duell ja ja zündest du Ulti? ich schreibe mich wieso yes by doing äh zündigen Ulti but why weißt du was das lustige ist Justin ich will mich pro schlag zu empfiehlt ich will ich will ich will ich will ich gehe mal weg ja ich will ich will ich will ich will Was ist dein fucking Problem? I don't know Minions have attacked me und das ist mir nicht so gefalllos Sein Englisch ist für ein Sack Hey, ich kann doch richtig reden, ja? Ja Halt die Fresse Bitch Doch Mann, das regt mich auf zu machen Warum pushen eine Minion so stark? Tja Sie sind halt OP-Minions Pros Es sind Pros Es sind Pros Hat eigentlich, hat eigentlich schon von Justin die Beintauer, die unten und oben schon Leben verloren Äh, die haben sie Die haben verdammt viel Leben verloren, wieso? Haben deine auch Leben verloren? Nee Natürlich Natürlich Haben deine Leben verloren Bei ihm haben sie immer noch das erste Viertel verloren Bei dir schon die Hälfte Ich bin wieder da, Bashti Ja Glaub nicht, ich lass den Kill auf mich auf mir sitzen, Mann Ich bringe Gerechtigkeit Ich schlage zurück, Basti Ich schlage zurück Wenn das Game zu lange dauert, dann machen wir es einfach so Dann überlegen wir uns gleich eine Kill-Zahl Wo es dann halt enden wird Wann dauert das Game denn bei dir zu lange? Hä? Keine Ahnung, so 4 Stunden Gleich Oh mein Gott Okay, das ist ja übertrieben Mann, du hielt sich verdammt kacke hoch Ja, das ist ja das Geile Ja, ich hiel mich hoch nur, wenn ich nicht im Kampf bin Und das ist irgendwie kacke Jetzt hätte ich doch ein Champion nehmen müssen mit Lebensraub Geh halt gar nicht erst in die Kämpfe rein Ja, ich weiß, das hat Sinn, lass mich Blöder OP-Zuschauer Ja, der alles nur 2 Minuten verzögert zieht, ja Aber das ist Ich glaub, das ist so, dass man halt keinem was vorhören Kann meistens Ich zeig euch was ich habe Egal wie lange es dauert Ja Tag oder Nacht Was glaub Vielleicht machen wir auch 2 Parts draus, weißt du Wenn es wirklich lange dauert Was soll das? W-What are you doing with me? Du hielst sich beim Amphil hoch, ey Weißt du? Sag ich, ey, red ich das mal? Das ist cool Arschloch, ey Ja, so, äh, 101 ist die gut, ja Hm, dann tu und tu nicht mehr oder was? Ne Jetzt sieht er, dass er mich bekommt Und dann greift er direkt nochmal an F-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Jaaah Nein, mein red buff ist geht weg Warte ab, Basti, warte ab Vom Schutz unseres Landes Was fuck, Alter Attacke! Basti, Basti, Basti! Ich empfehle dir das Spiel auch, meine Idee. Ja, die macht echt einen Spaß. Ich hab die ja gekauft, Alter. Spielt sie nicht? Keine Ahnung. Das ist eigentlich... Ja, das ist auch übelst geil, ja. Hab ich bisher ein oder zwei mal gespielt. Aber dann echt nur aus Zufall, da war ich gerade mal 20 Münze und so, den guten Anfänger. Ich hab so verkackt mit dem, aber so richtig. Ich hab mir, glaub ich hab mir damals mit den AP-Klamotten gekauft. Okay, nice. Hey! Hey! Keine Pussy! Was ist mein Tower in Ruhe, Mann? Jetzt reicht's! Oh, da hat sich jemand da und von uns erholt. Das ändert einiges, mein Freund. Ich führe den Angriff an! Oh. Oh, boah! Oh. 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 Ich trink trotzdem kaum Schaden ab. Oh. Oh. Du hast mich auch gestunnt. Ich hätte ja noch angreifen können dabei. So, jetzt fiel ich mich pro Schlag 50. Nein, 47. Jetzt 50. Ja. Ich meine, aufgerundet, abgerundet ist das selbe. Nee, ist nicht das selbe. Mach das mal 100 Mal. Ich sag mal, Mathelehrer immer. Der mir ne 4 verpasst hat. Passt. Oh, vielleicht sieht er das ja. Kann nicht sein. Das ist ja gar nicht. Arschloch. Der die ganze Zeit hat nicht bessere Zeit außer über Last Plays zu gucken. Natürlich. Das ist ein Fan von mir. Hä? Scheiße. FU und Flash gejübt. Falsche Tasse gedrückt, Mann. Eine zu niedrig. Oh Mann. Alter, jetzt spielen wir doch schon seit 20 Minuten in der Mitte, Alter. Was geht ab, Mann? Jetzt muss man es mal sagen. Es kann ja nicht so weitergehen, echt, Alter. Hier muss man jetzt Schwung in die Bude kommen. Kann ja mal einer von euch Barrel probieren. Hust, Hust. Ja, bin schon dabei. Ich zeige euch, was ich habe. Jetzt machen wir Tower gegen Tower, oder was, da? Oh Mann, was ist denn, was ist denn? Oh. Was, die jetzt mal ehrlich, ich habe Angst vor dir. Warum? Warum? Wegen dem Lebensraum, oder was? Je, Geryl hat sich ein Schraubfahrzeug gekauft. Vom Schutz unseres Landes! Ja, also ich schaute mir gleich Ulti rein, halt, im Westfall. Ja, hast du nicht Ulti am Anfang gezündelt? Nee, hab's nicht. Nein, nein. Ja, hab ich schon. Nee. Ja, hab ich auch nicht. Das ist ja, Lüge. Das ist ja Lüge, Mann. Das ist ja Lüge, man. Sieh, 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 sieh. Das ist ja, Knobbing-Shit. Okay, das ist, das gefällt mir jetzt gerade. Das sticht jetzt kaputt, das gibt mir wieder Kraft. aber du hast für das Blatt, das ist eigentlich nicht so gut Englisch ist nicht so gut, aber ich finde die Wörter nicht so schnell Das ist krabb Zack Auch jetzt nicht schreiben in die, sag ich jetzt mal, Kommentare Das hättest du besser machen können, das wär viel besser, wenn du dir das gekauft hättest, dies und das Wir spielen so, wie uns das gefällt Yes, it's right It's right Watt, was machen deine Minions da oben? Äh, Spaß This guy's a pushing tower Did I find it not so gut? I find it very good Basti, Basti Yes, my name Das name zerrt an meinen Nerven Ja Ich hab' ich hab' weißer Welch ich noch nehmen wollte, ich hab' doch zwei Wahlen Weißer? Ja Oder ich hätte vielleicht Olaf genommen Den Oli Nein Jetzt Wack, 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 wack Ich steh' mal mit Olaf hat sie, glaub' ich Auch gut, schon, sogar Ja, weil er gut mit seinem Buff Lebensraub hat, ne Ja Ja Ich bringe Gerechtigkeit Ja 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 Ohne Verzögerung Where are you, pussy? Hey, hier IG Natürlich Ich bin bereit Oh Was los? Ja, ich bin, äh, still wo du gefühlt hast Also Ja, das war schon ein hartes Match da, Alter Ja, ich hatte einen Leck Die Standortausrede von Basti Basti Diese Ausrede bringt fast jeder, wenn man den killt, äh, das ist Ich hasse sowas, ne Ich find's gut Ich mag's voll Ich rüchte euch nicht, ich bin zur Stelle It's a good Ausrede Hm? Naja It's a good Ausrede was machst du da was die farming minions wieso haben sie red buff das finde ich gar nicht gut jetzt wird es mir zu böse Wieso wird es dir zu böse? Weil es zu böse wird I want to heal me, nigga Ich lasse das nicht zu, bitch Ich lasse das nicht warten Okay Ja, ja, ja Wie ich das wusste, Alter Scheiße Pasi, das war wirklich fies von dir Ja, aber das ist Taktik Ja, ist schon klar Aber ich hab... Wieso ist der Tower auf mich gegangen, Mann? Ohne den Tower hätte ich wenigstens noch abhauen können Ich hab dem nämlich keinen Schaden gemacht Hast du Redwacht gehabt? Ach, nee, das bringt ja gar nichts Ähm... Herr, Herr, ich hab mir Schaden gemacht Mein Ziel, dass das neue Patches an der letzten Ostkommens? Nein, 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 nein Das ist ein Feind noch zu gut Ja, das ist ein Feind noch zu gut Ja, das ist ein Feind Wäre der Tower nicht auf mich gegangen? Meine Fresse Oder wärst du eben da geblieben? Ich hätte dich nur umgenockt Zum Glück bist du gegangen Ich hätte sofort Ulti draufkauen und nochmal Q Ich führ den Angriff an Ich führ den Angriff an Ich führ den Angriff an Was, du bist Level 18? Ja Kleiner Wichser Ähm... Das find ich nicht so gut Find ich echt nicht akzeptabel, dass du jetzt so... 18 bist oder so Da muss ich einsch... Äh... Hier heben Ich seh es schon kommen, Mann, ich seh es schon kommen Was? Keine Ahnung Das, was ich befürchte gerade Was befürchtest du? Jetzt ist gerade nichts mehr Warum? Weil alles gerade gut gegangen ist Weil alles gerade gut gegangen ist Hey Fabian, bist du noch wach? Äh, äh, ja, 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 ja Was die, was tust du zur Hölle? Ach, hey, was die, ich bin weg Ein Fall, ja, ich war die ganze Zeit... Ja, weil du mich die ganze Zeit wach? Jungeln Oh, ne, ja, ich hab dein Rap gemacht Und dann war ich in diesem Busch Wo du zur eigentlichen Lane zurück bist In dem Busch war ich Und dann hab ich rausgehen sehen Aber ich wollte ich erwähnen Eventuell attacken Aber es war nicht eine gute Idee Ich bin vorsichtig Hast du denn gemerkt, was ich gerade eben gemacht habe? Ja, Dragon Da hatte ich befürchtet, Alter, du kommst jetzt um die Ecke Und haust mir die Rübel voll Der Dragon hat mir ganz schön Aua getan Okay, jetzt sind wir schon Level 18 Ich bin zur Stelle Der Dragon hat einen Turm zerstört Hacker So was sagt man nicht? Ich bringe Gerechtigkeit Das ist ein sehr böses Wort Und jetzt, jetzt kann ich dein Red machen Wieso bist du dich auf der Karte? Warum so? Dein Red ist weg, keine Sorge Dein Red ist weg, keine Sorge Oh man, das wird ein Spiel Ich sag's dir an Aber Garen habe ich auch sehr lange in der Menge gespielt, aber Ich hab gedacht, das ist der Beste jetzt für den Kampf Hm Hab ich mir so einfach mal gedenkt Basti, ich weiß, dass du irgendwo in der Nähe bist Was? Ich kann nicht beruhigen, bin ich nicht Jetzt machst du mal in Blue, oder was? Was? Alles nicht Werden wir zahlen Das kommt nämlich darauf an Wer zuerst dieses hübsche Ding da kaputt macht Ja, und darauf, wenn mir einer keinen Bock mehr hat, wäre der erste Abstellst du aufgibt Oder so, ja Na, aber ich denke mal Wir werden niemals aufgeben Nein, I want to go home Nein, I want to go home Du bist so nigger, ne? Wirst du das? Komm, bleib doch stehen Warum? Ich meine, ich will nicht Ich hab schon mal daran gedacht Oh mein Gott Dann ziehe ich mich erstmal noch runden Dann guck mal meine Items an, guck mal deine Items an, alter Ja, guck mal, du hast Ja, hättest du anständiger gekauft, ne? Wieso, ich geh da jetzt? Ich hab jetzt 4,5 Köln Was? Ja? O kleiner Wichser O kleiner Elena Sag uns ruhig, ich kann es vertragen Ich aber nicht! Moment, mal kurz einen Schluck trinken Er lügt, Leute Er hat nen Trick auf Lager So, das war jetzt der Power Energy Drink Ja, jetzt läuft er gleich wie Rambo Ja, genau So, das war schon mal lange dauern Wo ist mein Rap, du Wichser? Hast den schon wieder geklaut? Den hab ich vorhin gemacht Aber der müsste doch schon wieder da sein, oder nicht? Hm, nicht, denn ich wüsste Hm, gut zu wissen Jetzt musst du es nämlich ein bisschen schwer haben Jetzt hast du auch Dornpanzer, was? Brandium, Brandium Zogen? Noch besser Was? Was? Witz 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 Ach du Scheiße, Mann Hast du die ganzen... Ich werd hier ja ganz noch, äh, verrückt doch Ich hab 6% Lebensraum Ich zeig euch, was ich habe Alter, jetzt hab ich gar keine Lust Es auszuprobieren gegen dich zu kämpfen Warum? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob es, äh, in meinen Gunsten ausgehen wird Hm Wenn du ihn schaffst, wird er gleich runterzauern Dann machst du Ulti, ist er tot Ja, das ist schon klar Aber Basti, wie viel Live hast du? 2,56k Hm Ich hab 3k, Alter, das ist... Wir wollten eigentlich kein Tanki-Game machen, was? Ja, aber halt... Ja, wir machen, er ist gut Schon, aber unsere Tanks auch wenigstens ein bisschen Schaden, weißt du? Wir sind ja... Du spielst ja zwar Tanki Aber halt nicht so full Tanki, weißt du? Oh Basti, du kleiner Wichser Was hast du mit meinem Blu gemacht? Du kleiner Bissser Asta la vista 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 Wie viel Damage war das, das will ich mal wissen Was? Die Ulti Was? Was ist eine Ulti? Äh... Wie hast du das, was am meisten gemacht hat? Also 416 Das ist schon ganz schön... amtlich 1,781 Ach du Scheiße Asta la vista Asta la vista Asta la vista Ohne Verzögerung Joa... Oh, das ist aber ganz schön killlos das Game Wir fahren aber beide gut sie sind nur zu zweit aufhören mit Chester es sei es ist logisch verschuldet Minis gegen sie eine und noch ein Tor noch nicht auch cool wie ist der Tor und Kuhl weil ich stehst so Und das ist halt so, wieso hast du diese Kettenrüstung gekauft? Wieso? Kannst du mir beantworten, wieso? Weil das kann. Nein, der will doch einen Panzer kaufen! Oh. Da bin ich voll nicht mit einverstanden. Ja, dann. Das will ich nicht. Ja, deine Minions pushen aber ganz schön mod-lane. Boah, die sind aber da ganz schön viele, was? Finde ich auch, dass da ganz schön viele sind. Leute, ich dachte, du willst gleich Solo-Barrel machen. Wer? Äh, Garen. Wieso wollte ich denn Solo-Barrel machen? Äh, du bist da gerade so lang gegangen. Ja, wenn ich mich gar nicht mehr dran erinnere. Ja, war ja auch bei der für 30 Minuten. Wir sind ja bei 37. Ich bin cool, ich kenne die Vergangenheit. Oh. Ich kann mich, glaube ich, auch noch so einigermaßen. Ah, ne. War doch nicht. Äh, war doch ihre, ja. Ups. Ja, ich dachte schon. Und dann hat sie deinen Blue gemacht. Oh mein Gott. Das macht doch nix. Und Basti, ich finde das total unfair, dass du jetzt auch Down-Funzer kaufen willst. Oh mein Gott. Gleich ist recht für alle. entieth. 3 3 4 4 4 4 3 4 5 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 6 5 7 5 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 6 5 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 6 5 5 6 5 6 7 7 5 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 6 5 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 6 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 5 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 10 12 12 11 14 15 Die 12 15 15 Es geht echt nicht so weiter mit dir Ja Ich weiß gar nicht, was ich tun soll jetzt Kann man verkaufen, wo man das ja Scheiß, es ist nicht, na komm Weil das dann Ja Bei 61% Lebensraum Ja, du hast mein Du hast mir jetzt 10% weggemacht, du Sack Wie? Ja, weil du mich gekillt hast, die Aufladung vom Blut, ist das weg Guck mal, dein, guck mal, du Dein Lebensraum steigert sich ja jetzt die ganze Zeit 62% Genau das meine ich 65% Also Leute, wenn ihr noch Wenn ihr überhaupt jetzt noch zuguckt Falls euch das nicht so langweilig geworden ist Ähm Joa Wie soll ich sagen Mit dem Turnier wollen wir auf jeden Fall Denk ich machen, ne was ich dir Ja, ist eine gute Idee Nehmen wir unsere Abonnenten Machen halt so eine, sag ich jetzt mal, Verlosung Weil ich denke doch, der größten Also, ein Großteil von euch spielt auch LOL Ja, gut, sonst wäre das LP schon ein bisschen dämlich, ne? Ja, es gibt auch manche, die spielen das gar nicht Ja, Leute, es ist wirklich scheißegal, ob ihr schlecht oder gut seid Ich mein, wenn man Fehler im Spiel macht, kann man eigentlich nur aus Fehlern lernen Und das ist einfach auch eine kleine Lebensweise So Es ist scheißegal, ob ihr schlecht oder gut seid Egal wie alt ihr seid Es ist wirklich egal Könnt daran teilnehmen Wir machen, glaube ich, sowas Machen wir Achterfinale Fangen wir da so an Würde ich mal so sagen Ähm, aber Wir wissen halt noch nicht, wie wir das machen wollen Ob 1 gegen 1 2 gegen 2 Oder, oder, oder Das wissen wir noch nicht Nö? Basti, du gehst ja jetzt auf einmal full auf Ah, die was? Das ist noch eine ganze Zeit gegangen Na, du hast ja jetzt eben noch ein bisschen so Leben gehabt, oder? You know? Yes, I know Aber du hast Du hast jetzt schon Probleme voll mit den Minions Oh, wenn ich mal Ich glaube, ich schaue es nicht Zum Schluss nicht Da ist jetzt Da haben die Minion Dinge kaputt gemacht Ich denke Das ist einfach zu viel jetzt Ich denke mal Ähm, im Fight warst du Am Anfang eindeutig besser Wäre ich nämlich nicht abgehauen, wäre ich gestorben Und ich hatte halt einen kleinen Vorteil Ich habe die Tower schnell da umbekommen mit meinem Q Halt gelegen Äh, habe ich halt genutzt, weißt du Das war halt Aber ich denke So wie das Game Aussieht Sind wir beide auf jeden Fall auf dem gleichen Stand Basti Im Namen des Köln Oh Jo Hallo Bisschen, jo Oh ja, du Sack, Alter Ah, klar, das ist so schwul mit der Ulti, Mann Ja, die haut den Arschigen damit Ich kann meine Q gar nicht Auf den Nexus machen Ja, Basti Ich sage, schönes Game, Alter Oh Hat verdammt lange gedauert Aber ich sage mal Das Game geht Einigermaßen unentschieden aus Würde ich jetzt mal sagen Wäre ich jetzt nicht in den In den Feiten abgehauen am Anfang Weil ich klar unterlegen war Jo So, Leute Mit dem Turnier Wir werden für euch auf jeden Fall noch ein Infovideo machen Ähm Jo Wir sagen von uns aus Tschö Sogar der, äh Fabian, ne? Ja, ja, tschau Jo, ähm Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschau Tschau Tschau